Hallo, ich grüße euch! Herzlich Willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal Mission Millionaire und ja, Mission Millionaire, ein provokanter Titel, ich weiß. Ja, mein Leitspruch betrifft die Mittelschicht von gestern ist der Millionär von morgen bzw. der Millionär von morgen ist die Mittelschicht von gestern. Da ist vielleicht auch ein bisschen Wahrheit mit dabei. Heute soll es gehen um die Wirecard und gleich vorweg, ich bin hier inspiriert worden über ein Video vom Lars Tradermacher Kanal und also fairerweise erwähne ich ihn auch im Zuge dessen und zwar, ich verlinke euch das Video, das ich mir vor Jahresende auch angeschaut hatte und über die Inspiration habe ich mir dann eben eine Aktie ausgesucht von denen, die er dort erwähnt hat, erwähnt deshalb, dass aufgrund von Windowdressing Maßnahmen gegen Jahresende immer einige Aktien weniger gut performen als andere und diese dann letztendlich auch häufig erfahrungsgemäß im ersten Quartal oder in den ersten Wochen, Monaten des neuen Jahres dann wieder an Auftrieb gewinnen und eine davon war eben die Wirecard und das ist letztendlich jetzt, wie soll ich sagen, ein Swing Trade oder mittelfristiger Trade, den ich jetzt nur einige Wochen halten werde. Und ich bin, da man natürlich nie wissen kann, wo wirklich der Kurs hingeht, bin ich in zwei Tranchen reingegangen. Also ich hatte zwei Limitkäufe gesetzt, einen bei 1,1350 und eine bei 1,10. Und das ist letztendlich, die sind beide ausgelöst worden, ja so in den letzten Tagen, beziehungsweise zwei Wochen. So auf diesem Niveau hier und seitdem sehen wir jetzt in den letzten paar Tagen einen Anstieg. Ich bin relativ, also insgesamt kombiniert mit den zwei Tranchen habe ich jetzt einen durchschnittlichen Gewinn von 7,6%. Ich gehe davon aus, dass es eventuell nochmal schwanken kann, aber soweit sieht das Ganze ganz gut aus. Und ich werde dann auch, sobald die Aktie dann über 1,20 oder so geht, ja über diese Linie hier, diesen Art Widerstand, wie man den nennen mag, werde ich dann auf den Stop nachziehen. Und zwar auf 1,19, kurz drunter einfach, dass ich dann einfach die Gewinne dann auch nicht mehr abgebe. Ich bin mit zweimal knapp 5.000 rein. Man kann es ja nie so genau wissen, wann man dann ausgelöst wird und was ist dann letztendlich, in wie viel Euro das resultiert. Das heißt letztendlich, mein Ausstiegsszenario ist dann auf der Ebene hier oben. Das ist dann so bei 150 Euro. Dann hätte ich ungefähr 40% plus. Ja, Pi mal Daumen. Also das Ganze muss man auch nicht so penibis genau auf die Prozent, auf das Euro, auf die Kommastelle dann sehen. Ganz besonders nicht bei diesen kurzfristigeren Trades. Da sollte man dann auch zufrieden sein, wenn es einfach gut gelaufen ist. Und so, ich werde dann auf den Stop dann nochmal nachziehen, wenn es jetzt zum Beispiel in Richtung 140 Euro gehen sollte. Wenn es sollte, ja, also wie gesagt, wenn, wenn, wenn. Alles konditionell. Dann würde ich dann letztendlich den Stop auch nochmal auf 130 Euro nochmal nachziehen. Und dann eben mein Ausstiegsszenario bei 150 ungefähr, ja. Okay, ähm, das soll es gewesen sein. Also bei knapp 10.000 Euro Investment, um mal konkrete Zahlen zu nennen, ja, wären das dann um summa summarum, ja, 4.500, ungefähr 4.500 Euro, ähm, brutto natürlich. Und dann eben die Steuern sofort weg, natürlich, klar. Ähm, aber ich kann es auch mal kurz hier am Taschenrechner ausrechnen mit dem Solidaritätsbeitrag. Ach, lass mal es sein. Ja, auf die Kommastelle, da ist es jetzt auch wurscht, letztendlich, ja. Ähm, auf jeden Fall um knapp 4.000, wenn er in unserem Strich dann Profit, wenn das Ganze so aufgeht, wie ich mir vorstelle. Ähm, 4.000 Euro Profit, äh, bei 10.000 Investment, äh, innerhalb, ähm, ja, hoffentlich der nächsten, also noch innerhalb des ersten Quartals, ja. Also das wäre so mein ideales Szenario. Und schauen wir mal, wo die Reise dahin geht, wie gesagt, ähm, ja, mein Stop-Loss ist knapp unter 100 Euro, ja, auch bedingt durch die, durch die Widerstände, also durch, letztendlich auch durch die Chart-Technik, reine Chart-Technik, äh, wende ich hier eben an, ja. Und dieses saisonelle, äh, Szenario, das ich eben hier, wo ich inspiriert worden bin, ähm, über, über diesen, äh, Trainermacher-Kanal, also über Lars dort, der das, der den ganzen, äh, gut macht eigentlich und, ähm, noch sehr erfolgreich und so weiter. Und, ähm, ja, also diese Kombination aus, äh, Chart-Technik und saisonelle, ähm, Begebenheiten, ähm, also saisonelle Faktoren, ähm, scheinen hier, ähm, relativ gut zu funktionieren. Und ich halte es ja auf jeden Fall auf dem Laufenden, ja, ob ich dann letztendlich in einen oder zwei Monaten dann meine 4.000 Euro Netto-Profit dann da rausgezogen habe oder eben nicht oder ob es schiefgegangen ist oder wie auch immer oder letztendlich, äh, die, äh, die Aktie dann doch wieder abstürzt. Ja, alles ist möglich, aber ich habe halt ungefähr ein Risiko von, ähm, ähm, ja, von, äh, von, äh, nicht mal 1.000 Euro, ja, also 600, äh, so, um die 6,700 Euro Risiko und mein, meine Profit, äh, ähm, wäre dann 4.000, also das ist letztendlich ein Chance-Risiko-Verhältnis halt von, ja, 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 1 zu 5 oder so und ich denke, das, ähm, ist soweit auch recht vertretbar und mit einer Summe, wo man jetzt, ähm, also ich zumindest, also schlafen kann, ähm, und das sollte, das muss natürlich jeder für sich entscheiden, ja, ähm, und, äh, das hängt natürlich immer mit deinem Gesamt, äh, mit deiner gesamten Portfolio Größe zu tun, äh, hat das zu tun, ja, und all diese Dinge, ja, also, ähm, man sollte auf keinen Fall, ähm, ja, wie, wie, was noch, äh, sozusagen, man sollte hier die Pareto-Regel halt auf jeden Fall auch anwenden, die zu 80-20-Regel, ähm, also, ähm, etwas risikoreichere, kurzfristigere Trades, äh, also maximal eben 20% vom Portfolio, ähm, idealerweise, also für mich persönlich, äh, unter 10%, ja, also 5%, 1% oder 2%, äh, das sind eigentlich so die idealen, ähm, Trading, äh, Größen, ja, äh, bis zu 5%, also, kann ich, ähm, ähm, äh, schlafen wie ein Baby, also, ich kann vielleicht aus anderen Gründen nicht gut schlafen, ja, was, was andere Probleme in meinem Leben betrifft, aber nicht aus einem Trade, wo ich letztendlich bis zu 5% vom Portfolio mache und relativ, äh, ähm, 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 äh, ja, und, ähm, ja, und ansonsten, ähm, ja, das soll es auch gewesen sein für dieses Video, aber auf jeden Fall, ähm, halte ich euch da auf dem Laufenden, äh, ja, äh, und, äh, dann sehen wir uns beim nächsten Video, bis dann, ciao.